Dass wir zwei jetzt eine lustige Runde Apex spielen, nicht im Leben nicht dachten. Vor allem, das hat mir einfach ein Meme gelungen. So, jetzt am Abend noch eine gemütliche Runde. Das ist eh nicht hudlig. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich spiele jetzt auch eine Runde und dann weine ich mir in den Schlaf. Das ist perfekt. Bin ich ein Knister jetzt immer noch? Nein, jetzt aktuell nicht. Jetzt nicht mehr? Achso, warte mal, jetzt schon? Ah ja, jetzt schon. Und jetzt nicht mehr? Ah, warte, jetzt nicht mehr? Ja. Jetzt klischte ich nicht mehr, oder? Ja, ich habe das Audio-Gerät umgestellt im Game. Das Game nimmt jetzt ein ganz falsches, das tut gar nicht. Macht euch bereit. Das wird sehr einfach. Ich finde das jetzt geil. Ich bin gespannt, wie du da drauf bist. Aber wieso muss man da zu dritt spielen? Wieso kann man da nicht einfach auch zu zweit spielen? Ich hasse alle Spieler, die dazu gezwungen werden. Kommen sie, schau. 400 Kills. Alles endet doch gleich, du weißt. Ja, dir Jumpmaster, gell. Du bist der Beste. Nein, Pitz. Du musst entscheiden, wo wir abspringen. Irgendwie mache ich das. Ja, er ist doch hier unten da. Jetzt bist du Jumpmaster. Nein, das ist gut. Bereit machen, es geht los. Hm. Oh, oh ja. Scheiße, ich habe fast gehören. Ey, jetzt sind da. Guck mal. Wahrscheinlich ist er gerade bieb. Lass mich nicht im Steg. Ich habe schon Pistole. Nein. Ich habe keine Ahnung. Ist gut. Ah, jetzt habe ich auch Pistole. Wie rutscht man da nochmal? Mit Störung. Da unten war noch. War niemand. War doch da, der hat jemand aufgemacht. Und innen denn? Da ist ein weniger. Hey, ihr zwei lagend von mir. Also ganz gestört. Ich sehe euch gar nicht rennen, sondern nur... Vorten. Das ist gar nicht so gut. Wie haut man sich da so Rüstungspacks hin? Mit vier denn. Ah, das ist heal, oder? Ja, aber wenn du oben bleibst, kannst du wechseln. Na, mit C rutscht man. Ach so, ich habe es auf Steuern umgestellt. Ich habe doch keine Zeit auf C um zu griffen. Die sind schon weg da. Oh, legst du. Also entweder ist mein Internet so im Arsch, oder... Ich stelle gerade etwas her. Wir haben M. Okay, warum? Gibt es da so eine Karte auch mit dem Bereich? Ja, mit M oder oben links. Wir sind alle außerhalb des Rings. Brennen sind wir sicherer. Wollen wir jetzt nicht in der Ring hinein? Nein, der Kleider wird der Schmitte zu kleiner. Aber wie ist er zum Teufel lächst? Markiert, als die jetzt hat. Wahrscheinlich lägen wir die alle. Ah, er hat sie markiert. Splittergranate unterwegs. Bogenstern unterwegs. Wer ist ein Bogenstern? Splittergranate unterwegs. Splittergranate unterwegs. Runa down. Fuck. Rada ist ja ein Gegner. Scheiße. Ah. Oh no. Easy. Sehr, wie so Spaß geht. Ja. Echt? Ja, ich habe es vorher schon auf der.